Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden die Interviewreihe jetzt für diese Folge, für dieses Solo-Special unterbrechen, denn es ist wichtig. Thema der heutigen Folge, Digitalisierung war erst der Anfang. Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln. Und warum diese Folge heute für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, als Top-Executive wichtig ist, das wirst du gleich erfahren, denn wir werden darüber sprechen, was für dich und dein Unternehmen zu tun ist, um künstliche Intelligenz für dein Unternehmen zu nutzen. Wir werden auf die Risiken eingehen und wir werden darauf eingehen, was passiert eigentlich, wenn du die falschen Entscheidungen triffst. Also deswegen super wichtiges Thema heute. Bleib dran, bleib gespannt. Es wird sehr interessant. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Diese Podcast-Folge heute ist ein wirklich dringender oder eindringlicher Aufruf, aktiv zu werden. Die Zeiten haben sich nämlich dramatisch verändert, wie du vielleicht schon aus den Medien mitbekommen hast. Chat-GPT bzw. OpenAI macht den Anfang. Das heißt, wir lernen jetzt gerade, was alles mit künstlicher Intelligenz so machbar ist. Wobei das bitte wirklich nur an der Oberfläche kratzte. Künstliche Intelligenz gibt es schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Das heißt, das ist irgendwie nicht gestern erfunden worden. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Hype-Welle, die morgen wieder vorbei ist. Sondern wir bekommen jetzt mit, was mit dieser Technologie und mit der Rechenpower der Hardware heute so alles geht. Chat-GPT ist eigentlich eine kleine Spielerei. Und wir wollen heute in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen aufklappen, wie wichtig künstliche Intelligenz für das Unternehmen ist. Und ich spreche damit oder bei diesem Thema nicht über Chat-GPT, wie du das in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Auch wenn es da draußen ganz viele Experten auf einmal gibt, die sich damit auskennen bzw. die das in deine Prozesse implementieren wollen. Sondern ich rede wirklich davon, wie du vielleicht sogar eine eigene künstliche Intelligenz nutzen kannst, um zum Beispiel, und darüber reden wir nachher in Form von Beispielen, konkreter deine Prozesse zu optimieren. Deinen Vertrieb, dein Marketing, deinen Service-Prozess im Unternehmen zu verbessern und so weiter und so fort. Also es wird eine ganz spannende Geschichte und es ist total wichtig, dir eine einzige Frage zu stellen. Und diese Frage, wenn es die einzige Frage ist, die du heute mitnimmst aus diesem Podcast und dich anschließend mit den Antworten beschäftigst, dann ist das folgende. Kannst du mit künstlicher Intelligenz deinen Kunden einen Zusatznutzen anbieten, der vorher nicht möglich war? Also nochmal, die Frage ist wichtig, vielleicht aufschreiben oder einfach merken, den Podcast an dieser Stelle unterbrechen. Das ist ganz wichtig. Kannst du mit künstlicher Intelligenz deinen Kunden einen Zusatznutzen anbieten, der vorher nicht möglich war? Wir gehen jetzt sofort auf die Antworten ein, denn deine Antwort könnte sein, ja. In diesem Fall besteht akuter Handlungsbedarf, bevor dein Wettbewerber genau dieselbe Erkenntnis hat. Und das geht relativ schnell. Wenn du sagst, nein, gibt keinen Zusatznutzen für meine Kunden, der nur durch KI möglich wäre, dann besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Und jetzt merkst du die Dramatik in dieser Fragestellung, denn ein Nein gibt es auf diese Frage nicht. Künstliche Intelligenz wird genau das verändern. Sie wird für deine Kunden einen Zusatznutzen anbieten und wenn du nicht auf die Idee kommst und weiter beharrlich glaubst, dass es das nicht gibt, wird es dein Wettbewerber erfinden. Und das ist das Game. Und das ist eine Frage von Geschwindigkeit. Künstliche Intelligenz wird also zur Überlebensfrage für Unternehmen. Das auch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ich möchte diesen Podcast-Tatio jetzt hier nicht nutzen, um irgendwie Angst zu machen, denn interessanterweise von zehn Menschen haben elf Angst vor Veränderung. Ja, das ist eine Tatsache. Wir wollen es einfach nicht. Wir mögen es einfach nicht, wenn sich irgendwas, was wir kennen, was wir lieben, was wir super bedienen können, wenn sich das irgendwie verändert. Das mögen wir nicht, ja. Wir lieben das, wenn du uns morgens um vier wächst. Vielleicht mögen wir es auch nicht so gern. Aber wenn du uns dann irgendwas fragst zu unseren Unternehmensprozessen, zu unseren Ablaufen, du kannst es aus dem FF wirklich herpredigen und sagen, hey, guck mal her, ich kenne mich aus. Ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Unternehmen. Bam. Künstliche Intelligenz wird all das in Frage stellen. Und das ist nicht eine Geschichte, die du ins Unternehmen holst, ja. Also du beschäftigst dich mit künstlicher Intelligenz und auf einmal verändert sich alles in deinem Unternehmen, sondern es wird kommen. Es ist das, was wir Umfeld nennen, ja. Also das Umfeld wird sich ändern, der Markt wird sich verändern, die Kundennachfrage wird sich verändern, die Kommunikation wird sich verändern. Alles wird sich dramatisch verändern und du wirst mit dieser Veränderung umgehen dürfen. Ich wollte gerade müssen sagen, aber du musst auf jeden Fall, aber du darfst damit umgehen. Also es ist eine Chance. Und ich glaube, wir brauchen genau an dieser Stelle diesen Mindshift. Wir brauchen eine Veränderung in unserer Denkstruktur, dass die Sicherheit darin besteht, das Alte festzuhalten, nicht loszulassen, sondern die Sicherheit in der Zukunft wird darin bestehen, etwas Neues zu entdecken, neue Wege zu gehen, das Alte loszulassen, mutig und offen zu sein für die neuen Möglichkeiten, die uns die künstliche Intelligenz bringt. Und das Besondere ist, ich habe 2018 ein Buch über das ganze Thema Digitalisierung und Marke geschrieben, Digitale Brandstiftung. Warum habe ich das Buch geschrieben? Weil es mir wichtig war, dass die Menschen verstehen, welche Veränderungen Digitalisierung verursachen. Was mir nicht klar war, ist, dass es so schleppend ist. Also in meiner Welt musste das alles ganz schnell gehen und wir haben ganz viele tolle Projekte entwickelt, die keiner haben wollte, weil es einfach der falsche Zeitpunkt war. Wir waren einfach viel zu früh. Also einige Lösungen, die wir entwickelt haben, sind heute eine Schublade, kannst du heute rausnehmen, ist heute state of the art. Das heißt, Digitalisierung war im Grunde so ein gemütlicher Transformationsprozess in der Vergangenheit. Und auch das Thema ist beendet. Weil Digitalisierung haben wir als Menschen vorangetrieben. Jetzt künstliche Intelligenz treibt die Transformation Maschinen voran. Und das ist ein Riesenunterschied. Das bedeutet eine extreme Beschleunigung. Nur mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ChatGPT. Warum? Weil das gerade für Top Executives super zu verstehen ist. Dieses künstliche Intelligenz-Gelaber der letzten Jahrzehnte hat kein Mensch verstanden. Machine Learning, was heißt denn das überhaupt? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Jetzt durch ChatGPT haben wir die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Einfach mal über so ein Chatbot zu sagen, so jetzt schreibst du mal hier eine schöne Rede für meinen Öffnungsempfang meines neuen Bürogebäudes oder sowas. Und auf einmal merken wir, wow, es ist zumindest mal eine großartige Inspiration, die Rede vielleicht auf eine andere Art und Weise zu strukturieren, aufzubauen und letztendlich zu halten. So und das ist genau der springende Punkt. Wir lernen jetzt gerade, wie intelligent diese Modelle sind und wie ich das in meinem Unternehmen nutzen kann. Nun ist das ein Modell, was ich natürlich adaptieren kann für meine Bedürfnisse, aber ich muss erst mal verstehen, was genau in meinem Unternehmen und deswegen auch wieder zurück zur Frage von vorhin. Was genau kann ich mit künstlicher Intelligenz tun, welchen Zusatznutzen kann ich für meine Kunden entwickeln und anbieten, die vorher nicht möglich waren? Das ist eine Frage, mit der muss sich jedes Unternehmen ausnahmslos beschäftigen. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was wir als Digitalisierung kennengelernt haben. Und wir brauchen uns jetzt nicht groß mit Studien auskennen, aber wenn man mal so ein paar Zahlen nimmt, die in den Medien kursieren, sind wir nicht auf Platz 1, wenn es um die Digitalisierung geht. Wenn wir mal unsere Verwaltung angucken, es gibt Länder, da gehst du irgendwie in deinen Online-Banking-Account, drückst auf den Knopf und dann hast du deine Steuererklärung erledigt. Denk mal an deine Steuererklärung, was da für ein Prozess in Gang kommt, was du alles dafür tun musst, um deine Unterlagen zusammen zu sammeln und die dann deinem Steuerberater zu geben. Nur mal so ein ganz kleines Beispiel. Hat jetzt mit Digitalisierung noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber das sind so Themen in unseren Köpfen und in unseren Vorstellungen. Das ist das, was wir erlebt haben, wenn wir über Digitalisierung reden. Wir haben im Grunde analoge Prozesse digital gemacht. Wir haben nicht mehr gefaxt, wir haben geemailt. Ich erinnere mich noch an Projekte, da haben wir aufwendige Korrekturprozesse, die manuell an irgendwelchen Ausdrucken vorgenommen werden. Wir haben Softwaretechnologie entwickelt, womit das digital funktioniert. Später haben das dann Großkonzerne als eigene Applikationen rausgebracht. Das heißt, damals haben wir noch gebaut, was es noch nicht gab. Heute gibt es dafür ganz viele Tools, die das ersetzen können. Aber wir haben eben auch gesehen, was alles technologisch möglich ist. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, ist Canva zum Beispiel. Vielleicht kennst du diese App, womit jeder in der Lage ist, tolle Bilder für die Social Media Netzwerke zu bauen, für den eigenen Blog oder was auch immer. Tolles Podcast Cover. Brauchst du keinen Photoshop mehr lernen. Also das war einfach mal so ein riesen Marktanteil abgenommen und gesagt, hey, das geht doch einfacher. Hätte ja eigentlich auch von Photoshop oder von Adobe entwickelt werden können. So, haben sie nicht gemacht. Zusatznutzen erkannt. Künstliche Intelligenz hält auch da Einzug. Das heißt, dort werden zum Beispiel Vorschläge gemacht für irgendwelche Filter, die du oft benutzt. Dass du dann ein ganz anderes Setting oder ganz andere Angebote von Vorlagen bekommst, die du auf einmal nutzen kannst, wo du einfach nur sagst, ja genau, genau das habe ich jetzt für dieses Thema gesucht, wird dir einfach angeboten von diesem System. Selbstlernendes, ein selbstlernendes System, was dir einfach hilft, deine Prozesse zu optimieren. So, jetzt aber mal zurück zu deinem Unternehmen. Was also kannst du tun, bis auf die Beantwortung dieser Frage von vorhin, ich wiederhole sie nochmal, Kannst du mit künstlicher Intelligenz deinen Kunden einen Zusatznutzen anbieten, der vorher nicht möglich war? Das ist eine Frage, die du unbedingt mitnehmen solltest. Und dann kommt die nächste Erkenntnis, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass du mit künstlicher Intelligenz in deinem Unternehmen eben auch nicht nur den Zusatznutzen, sondern auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kannst, Schrägstrich solltest. Ein schönes Beispiel, was ich, glaube ich, immer mal wieder hier im Podcast gebracht habe, war ein Lackherstellungsunternehmen, Lackfabrik, könnte man sagen, die zum Beispiel durch künstliche Intelligenz eine eigene Software diese Qualität dieser Lacke reproduzieren konnte, die in der Vergangenheit hergestellt wurden, war vorher nicht möglich. Und dann mit einer entsprechenden Hardware in der Lage ist, in Südafrika eine kleine Variante der Lackproduziermaschine zu bauen, mit der entsprechenden Software zu bespielen. Und ich kann dort dieselbe Lackqualität mit denselben Lackeigenschaften herstellen, wie in Deutschland so. Und das war vorher nicht möglich. Das war durch KI möglich, das war durch Software möglich. Und die Überlegung, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, das mit Hardware zu kombinieren und dann ein Out-of-the-Box-Produkt zu kreieren, um in jedwedem Land auf diesem Planeten dieselbe Qualität herzustellen. Großartige Idee. Also großartiges Produkt, das es letztendlich natürlich auch in die Umsetzung geschafft hat. Und darum geht es. Also künstliche Intelligenz bedeutet, wir müssen uns mit den Möglichkeiten, die wir in unserem Unternehmen heute haben und morgen haben wollen, auseinandersetzen. Und das bedeutet, völlig neue Denkprozesse zu nutzen. Denn künstliche Intelligenz ist eben nicht Digitalisierung. Es ist eben nicht das, was wir die ganze Zeit versucht haben zu machen. Ich überzeichne das jetzt mal bewusst. Sondern es geht wirklich darum, es smarter zu machen, also intelligenter zu machen. Und daraus einen völlig neuen Zusatznutzen zu generieren. Wie gesagt, wir erinnern uns an diese Frage. Das ist der rote Faden dieser Podcast-Folge heute hier. Wenn du übrigens Lust hast, mal über diese Frage zu sinnieren in einem Strategie-Call, findest du einen Link unter den Shownotes dieser Podcast-Folge. Da können wir gerne mal einen Austausch dazu starten, wie das für dein Unternehmen eine wesentliche Rolle einnehmen kann. So, das heißt, wir haben keine Zeit mehr. Open AI hat dafür gesorgt, dass sich genau dieses Thema sehr rasant verändern wird. Ich nenne das so den Tesla-Effekt. Erinnern ihr euch? Tesla kam raus und auf einmal war Tesla da. Und Tesla war allgegenwärtig. Tesla hatte mehr Zulassungszahlen als deutsche Automobilkonzerne. Es war unglaublich. Und das war einfach dem geschuldet, dass diese hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und dieses kontinuierliche Nach-Vorn-Treiben der E-Mobilität durch Elon Musk, das war im Grunde das Ausschlaggebende davon. Und hier gingen wichtige Marktanteile den Automobilkonzernen flöten, obwohl in den Schubladen natürlich Konzepte für E-Autos vorherrschend waren. Und diese Dynamik ist nichts gegen das, was wir jetzt erleben mit Open AI, ChatGPT und alles, was dann noch dazu kommt. Also wir lesen ja immer mal wieder ein paar Beispiele, was man mit diesen Technologien jetzt so persönlich alles anstellen kann. Und wir wollen uns mal ausmalen, auch wenn wir uns das gerade nicht so gut vorstellen können, was damit alles in unserem Unternehmen mit den Daten, die wir besitzen, die wir erheben in unseren Unternehmen, damit alles machen könnten. Also welchen Zusatznutzen wir hier in unseren Unternehmen entwickeln können, um das dann letztendlich zu neuen Geschäftsmodellen werden zu lassen. Das A und O, also mal die Frage so, was ist denn eigentlich jetzt als nächstes zu tun? Ich würde dir ganz dringend empfehlen, dir ein eigenes Entwicklerteam aufzubauen. Und mit Entwicklerteam, das meine ich ein bisschen großräumiger. Also Entwicklerteam werden ja oft so Programmierer und so weiter genannt. Ich meine aber Entwicklerteam, das besteht aus Projektentwicklung, Evaluierung, Validierung und dann natürlich auch die Option oder Möglichkeit zur technischen Umsetzung zu haben. Denn Fakt ist eins, in diesem Fall, zum Thema künstliche Intelligenz, in Zukunft und jetzt schon in der Gegenwart, keiner gewinnt alleine. Du brauchst jetzt dieses Team. Die Leute am Markt sind eh schon rar. Thema Fachkräftemangel ist da mit so einer Spezialisierung einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die werden gerade so einfach vom Markt weggepflückt, weil natürlich jeder jetzt gerade erlebt, was das bedeuten könnte für die Zukunft. Und deine Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, inwieweit du über so ein Team verfügst, über solche Kontakte verfügst. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unser Netzwerk Genius Alliance Base. Dort sind nämlich genau solche Digitalexperten, KI-Experten, Leute, mit denen du arbeiten kannst. Also hier nochmal der dringende Aufruf, komm ins Handeln, geh auf unsere Plattform, abonniere den neuen Podcast, The Art of AI, der in Kürze starten wird, damit du einfach immer wieder auch neue Gelegenheit bekommst, so ein paar Perspektivwechsel zu machen. Beteilige dich aktiv an den Diskussionen, stelle deine Fragen, immer ganz wichtig. Also nicht nur das mitteilen, was man glaubt zu wissen, sondern auch mal eine Frage stellen, dein Unternehmen betreffen. Oder am besten noch ein ganz konkretes Projekt anzubieten oder vorzustellen, an dem du gerne mit Top-Experten arbeiten möchtest. So, das ist also der Aufruf an dieser Stelle, hier wirklich ins Handeln zu kommen. Und mir ist total wichtig, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch mal über die Risiken sprechen. Also was bedeutet eigentlich, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Und was mir auffällt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich lese die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, die auf einmal durch Chat-GPT zu KI-Experten auferstanden oder sich selbst gelevelt haben, keine Ahnung. Also was die machen, ist nichts anderes wie den Prozess zu optimieren, den du vielleicht hast, weil du sagst, ich muss jetzt hier ständig irgendwelche Pressemitteilungen schreiben. Ja, okay, dann lässt du das GPT machen. Ja, so, aber darüber rede ich nicht, sondern ich rede von über ernsthafte, vor allem unternehmensstrategische Projekte, ja, die deine bisherigen Geschäftsmodelle stützen oder verbessern oder ersetzen, weil sie einfach in der Zukunft nicht mehr funktionieren oder anders funktionieren werden. So, und wenn du mit den richtigen Leuten arbeitest, kann dir überhaupt nichts passieren, weil dann hast du die Top-Experten an deiner Seite. Und wenn du mit den falschen Leuten arbeitest, und das muss an dieser Stelle einfach auch mit dazu gesagt werden, ja, wir müssen noch viele Schattenseiten des Themas künstliche Intelligenz beleuchten, das werden wir auch in diesem Podcast machen oder dann auch in dem neuen, die Art of AI. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel Thema Fehlinvestitionen. Immer wieder in Digitalprojekten ein Riesenthema. Es hat jetzt mit künstlicher Intelligenz gar nichts zu tun, weil es reicht schon, wenn wir über zum Beispiel digitale Plattformen nachdenken, die du aufbauen lässt, richtig viel Geld investierst in das Ganze und dann feststellst, das Ding ist zum Beispiel nicht skalierbar, ja. Es kann einfach mit deinem Unternehmen nicht mitwachsen oder es kann auf Marktveränderungen nicht reagieren. Ja, oder du hast auf eine, weiß ich nicht, alte Programmiersprache gesetzt oder alte Tools gesetzt oder die Tools gehören nicht dir, ja. Du hast keinen Anteil an einem Quellcode von irgendwelchen Entwicklern. Das Projekt ist nicht dokumentiert, also nicht nachvollziehbar für unbeteiligte Dritte, um das Ganze weiterzuführen und so weiter und so fort. Und das ist immer richtig teuer. Es ist immer richtig teuer. Es gibt, also ich kenne kein Digitalprojekt, wo das nicht richtig wehtun würde, wenn man das Ganze nochmal von vorn machen müsste. Also da bitte aufpassen, Fehlinvestitionen, Riesenthema. Und natürlich auch Reputationsverlust, wenn du das Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel implementierst, zum Beispiel als KI-Anwendung, ja, die zum Beispiel nicht den ethischen oder rechtlichen Standards entspricht, dann hast du natürlich schwerwiegende Folgen für dein Firmenimage, für deine Brand, wenn das letztendlich dann rauskommt. Also das ist ein genauso wichtiges Thema und ich finde das, also das hat so einen Prio-1-Status bei mir. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann haben wir auf der einen Seite natürlich die ganze Euphorie. Was geht da alles? Wow, neues Zeitalter, wunderbar. Ja, und auf der anderen Seite genauso wichtig, über die Schattenseiten zu sprechen und zu sagen, okay, was darf künstliche Intelligenz nie können oder dürfen oder was auch immer. Also auch die rechtlichen Fragen, Datenschutzfragen und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiteres Thema ist die fehlende Wettbewerbsfähigkeit, wenn du dich mit dem Thema zum Beispiel nicht auseinandersetzt oder mit Leuten arbeitest, ein Team hast, was keine fundierten Kenntnisse oder kein fundiertes Verständnis zum Thema künstliche Intelligenz hat. Weil dann setzt du deinem Unternehmen natürlich der Gefahr aus, den Anschluss an die Konkurrenz oder deinen Wettbewerb zu verpassen und damit natürlich auch etwaige Marktschancen auf der Straße zu lassen. Also das ist total wichtig. Dein Team, was ich vorhin gesagt habe, keiner gewinnt alleine. Dein Team ist essentiell wichtig, vor allen Dingen auch die Kompetenzen im Team zu haben. Also alles andere ist Spielerei. So, genau. Ich würde sagen, an dieser Stelle, um das jetzt hier nicht weiter auszudehnen, ich glaube, der Handlungsaufruf ist, hoffe ich zumindest, angekommen. Versuch dir bitte, nimm dir einfach diese eine Frage mit. Also was kannst du mit künstlicher Intelligenz in deinem Unternehmen, in deinem Geschäftsmodell für einen Zusatznutzen anbieten, der vorher nicht möglich war? Das ist eine richtig gute Frage und ich hoffe, dass du so ein paar Ideen dazu entwickeln kannst und wenn du willst, lass uns gerne darüber in einem Strategie-Call sprechen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dich weitergebracht hat, wenn sie dich inspiriert hat oder was auch immer zum Thema künstliche Intelligenz, wenn du Wünsche hast, Anregungen hast, dann schreib uns gern als Kommentar unter den Shownotes dieser Podcast-Folge oder bewerte diesen Podcast bei Apple und bei Spotify. Würde uns, mich total freuen. Bringt auch diesen Podcast hier weiter und transportiert diese Botschaften, die ich extrem wichtig finde und das werdet ihr auch an den nächsten Podcast-Gästen, Interviewpartnern sehen, dass das Thema künstliche Intelligenz mittlerweile, also zumindest in meiner Bubble, allgegenwärtig ist und dass sehr, sehr viele Unternehmen jetzt gerade genau über dieses Thema nachdenken und vor allem, was ich ganz toll finde, also da auch nochmal großen Respekt an die Dichter und Denkerinnen da draußen, die das Thema in ihren Unternehmen vorantreiben. Also großartig. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns spätestens zur nächsten Podcast-Folge.